Also hier ist ein Zähler und Nenner sehr ähnlich. 3a minus a, 1 minus 3a, ähnlich aber nicht gleich und da gibt es diesen minus 1 Trick. Minus, schön machen, so, also minus 1 Trick. Ich mache das an einem einfachen Beispiel und dann versuchen wir es hier bei einem komplizierten Beispiel. Ich habe a minus 1 durch 1 minus a. Ich kann so einen Bruch einfach mal ergänzen mit minus 1 mal minus 1, also so ein minus 1 quasi ausklammern. Und das fasse ich zusammen. Der eine minus 1er geht rein und der andere minus 1er bleibt draußen, weil minus mal minus ist plus. Dann habe ich 1 minus a, so minus 1 mal a ist minus a, minus 1 mal minus 1 ist plus 1, minus 1. Also ich habe hier ein minus 1 quasi ausgeklammert, rausgeschmissen. Und jetzt minus a plus 1 ist 1 minus a, weil 3 plus 7 ist 7 plus 3, das ist das Kommutativgesetz. Und damit kann ich sagen, ich habe hier 1 minus a mal minus 1, minus 1 durch 1 minus a und dann bekomme ich minus 1. So gut, so schön einfach ist es hier nicht, das ist jetzt noch viel komplizierter, aber wir kriegen das hin. Ich muss aber, man sieht, dass man hier wahrscheinlich diesen minus 1 durch braucht. So, ich habe hier, genau, ich klammere, genau, minus 1, klammere ich aus. Dann habe ich hier, statt 3a habe ich minus 3a und statt 1 habe ich plus 1, ja, kann nachschauen. Dann minus 1 mal 3a gibt das hier, minus 1 mal 1 gibt das und ganz außen habe ich noch 2k minus 1. Ja, das habe ich zusätzlich, 1 minus 3a. Gut, die, weitermachen. Statt minus 3a plus 1 schreibe ich einfach mal 1 minus 3a. Ja, dann habe ich Zähler und Nenner das Gleiche, weil ich möchte irgendwann, hier habe ich was vergessen, 2k plus 1, 2k plus 1. So, und jetzt mache ich was, ich erkläre es wieder kurz, wenn ich hier so, so a plus, nicht a plus, sondern mal. Mal ist ja immer schön. a mal b irgendwie hoch 7 habe, dann ist es a hoch 7, b hoch 7, weil logischerweise alles ganz, ganz oft dasteht. Und das mache ich jetzt hier auch. Das heißt, dieses 2k minus 1 bezieht sich sowohl auf die wie auch auf diese Klammer. Ich habe hier dann minus 1 hoch 2k minus 1, 2k minus 1. Also ich habe minus 1 ausgeklammert und so richtig dann rausgeschmissen. Ja, und jetzt kann ich, also jetzt sind die schön, ja, jetzt habe ich hier 1 minus 3a, 1 minus 3a. Jetzt kann ich so richtig kürzen. Kürzen geht ja so, x hoch 5 durch x hoch 3 ist x², das ist x hoch 5 minus 3. Also das nutze ich jetzt hier aus. Minus 1 hoch 2k minus 1 und jetzt 1 minus 3a und hier 2k minus 1 minus 2k plus 1. Und zwar ganz, hier so eine Klammer, weil ich will ja das Ganze abziehen, ja, und schaut zwar ein bisschen kompliziert aus, aber es wird besser. Also jetzt bin ich sehr optimistisch. Minus 1 hoch 2k minus 1, so. 1 minus 3a, dann habe ich 2k minus 1 minus 2k und jetzt nochmal minus 1. Minus vor dem Vorzeichen dreht es um. Was passiert? 2k minus 2k fällt weg und minus 1 minus 1 gibt minus 2. Das schreibe ich mal hin. 1 minus 3a hoch minus 2, das ist schon mal schön. Jetzt muss ich hier nachdenken. Ich habe ja, also minus 1² ist 1, minus 1 hoch 3 ist minus 1, minus 1 hoch 4 ist wieder 1, minus 1 und so weiter, ja. Hoch 17 ist minus 1, weil der 17er ungerade ist. Ist das jetzt die Frage ist, also die Kernfrage ist, ist dieser Exponent gerade, weg mit dem Zeug, gerade oder ungerade? Ja, wenn k eine Zahl ist, irgendwie 14 mal 2 ist gerade und dann kommt der minus 1, also ungerade. Damit weiß ich, es ist minus 1. Ja, das kann ich hier vereinfachen. Und damit schreibe ich das als minus, ja, ich kann sogar noch einfach machen so, 1 minus 3a hoch minus 2 ist eigentlich schon super. Ich könnte es auch noch schreiben als minus 1 durch 1 minus 3a². Ja, minus im Exponenten und dann ist es aber endgültig fertig.